Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play The Lost Vikings mit Anachon und Brogé. Und dir selbst. Ich glaub ich sollte runterkommen. Und dir selbst. Anna! Was fängt das schon wieder gut an? Ach, ich muss ja spielen und steuern. Ja, weil es gleichzeitig könnte helfen. Warte, ich geh mal kurz gucken. Ach, so muss eine LP beginnen. Ey! Genau so! Ich kann mich... Oh! Velu! Was? Was? Hilfe! Ich hab auch so einen rausgekriegt. Nein, nein. Komm her. Mir folgen. Da oben schönes Ding. Folge dem Anachon. Schill die Schild. Du bist jetzt Schiggi die Schildkröte. Schiggi, schiggi. Ach, hier wieder Schiggi. Oh, Velu! Ein Bild für die Götter. Ja, wie immer. Ich geb hier schon mal Kamera hier. Verurtert Kamera. Ist da oben noch was gewesen? Blo... Ey, ich hab die Kamera. Das ist schön. Nö, hier ist nix. Ja, ich weiß nicht, sonst fängt es viel an rumzuweinen, Velu. Deswegen hab ich sie direkt gegeben. Ey, Meli will ich jetzt mal nicht so kack übermütet wie am letzten Mal. Ich glaub, hier rechts muss man nicht... Ja, wir müssen erstmal den Schlüssel holen. Das weiß ich noch. Iiii! Danke. Hau mal den Arm an nach unten. Warte, warte, vorsichtig! Woo! Ey, ihr könnt runter, ihr könnt runter. Ist nicht schlimm. Velu Schild runter würde ich nur machen. Kamera. Die Tast... Ja. Die Tast hat grad nicht funktioniert. Du musst ihm die... Du musst ihm die Kamera geben, oder? Du musst jetzt da durchgehen und auf uns warten. Ich hab ne bessere Idee. Ja, lass dich töten. Gute Idee! Gute Idee! Gute Idee! Gute Idee! Das war eigentlich nicht der Plan. Bro, schluss, sag mal wie der Profi das macht. Das war eigentlich nicht der Plan. Los Profi! Los! Sehr professionell. Boah, er hat's geschafft, er hat's geschafft. Stirb! Ja komm, lass neu. Oh man, ich war hier grad so am Aufräumen. Das war aber eigentlich anders geplant, um ehrlich zu sein. Aber natürlich. Aber ich glaub, für die Mumien sollten wir das Ding noch mal mitnehmen, oder? Oh verdammt, jetzt bin ich nach links gesprungen! Äh, ne warte, warte. Äh, genau. Proach, mach mal hier. Ich helf dir. Hier, Bobs. Ey, wir haben einen Treffer weniger eingesteckt als letztes Mal. Nolex! Klapp es weg! Ey, wir hatten bisher noch nie ein Disconnect in dem Spiel. Also bitte, nur Lacks! Moment. Ip. Und... Haaaah, immer diese Tücherei von Fedo. Das war's zu meiner Körperform. Fedo, das ist ja schön, dass du jetzt hier bist, ne? Aber da fehlt noch einer. Na, mach das mal, mach das mal. Ich brauch mich nicht für den, für den einen Typen da. Geht auch schon. Ja, jetzt komm hier. Hier! Ach Anna, ey. Du bist... Ich weiß schon, warum du mal Kopfschmerzen hast. Ey, ich... Ich muss den Typen da jetzt nicht besiegen. Das müsst ihr. Ja komm, mach, mach. Ich kann nachkommen. Da hört mich so einfach den Namen schief. Go, go, go! Ich muss erst mal die Taste rausfinden mit der ist das Schild... Oh! Ah! Oh. Äh, gib's ihm. Gut, Fedo. Ohne den Schild... Ohne den Schild... Ja, okay. Approach-Sicherheitsstufe hoch. Boah, er hat die Taste gemerkt! Ich dachte jetzt schon, er zieht den Schild nach oben und dann sterbt ihr wieder. Gibt's hier nicht was zu essen? Sonst wäre echt viel cooler. Äh, warte, ne, das... Genau. Ich wollt grad sagen. Aber passt auf, nachher rennt die Mumie wieder zurück zu euch. Gibt ein bisschen Luft. Warte noch, warte noch. Wenn ich beide auf eine Seite rennen? Ja. So. Jetzt hoch! Stopp! Oh, schön. Geil, evil motherfucker! So. Holt mich bitte nach. Ich schaff das, ich schaff das, schaff das. Ähm... Ähm... Was macht das? Ähm, doof. Wieso? Ich glaub wir haben einen Fehler gemacht. Wartet mal, bleibt mal da oben. Ähm... Drück mal die Taste. Ja, natürlich haben wir einen Fehler gemacht. Wie soll ich da hochkommen? Ich muss den Schlüssel holen. Die Leiter nehmen? Ja, die Leiter nehmen. Felu, der Schlüssel ist hier oben. Ja, Schild! Mach Schild hoch und ich bin da hoch. Nee, der reicht nicht. Der reicht nicht. Guck. Der reicht nicht. Ja, warum drückst du auch den Schalter? Weil wir da durch müssen, um hier zurückzukommen? Ja, jetzt, aber vorher nicht. Ja. Ich zeig gleich wie's geht. Nochmal. Ja, ich weiß wie. Du hättest einfach da drauf springen sollen. NORD! Alter, lüg nich. Hat Kamera. Lüg nich. Rot kann. Rot hat Kamera. Äh, du hast Kamera. Oh, mein Gott. Nein. Ja, da, Hilfe! Hilfe! Ich... Aua. Ich helfe euch weiter. Das schafft ihr auch ohne mich. Ich kann nicht immer da sein, um euch zu helfen. Ja, ja. Ihr müsst doch mal alleine... Ihr müsst doch mal selbstständig werden. beim nächsten Teil, wo du wieder fliegen musst, dann flähen wir dich zu Tode. Ja, Felo, du musst auch mal wieder selbstständig werden. Guck mal, er wartet sogar diesmal auf mich, er lernt dazu, er lernt dazu. Das war eigentlich, weil ich kurz was abgelenkt war, aber okay. Super, danke schön, das war dich beruhigend. Stirb, 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 stirb. Selbstständig. Ich weiß schon, warum wir immer alles selber machen müssen. Weil dann wahrscheinlich keiner verstört, fiel so. Ich will krammen, ich will krammen. Ich hab Hunger, das war anstrengend jetzt. Ja komm jetzt hier, da kommt er, da kommt er. Schau mal dabei. Geht auch. Hab die Kamera nicht. Du wirst auch niemals kriegen von mir. Du kannst einfach runter schweben, ich in die Palme. Guck mal genau da rein, wie ein Engel. Wisst ihr was, ich mach jetzt mal was Konsequenzenes. Bleib hier, bleib einfach hier. Okay. So. Uhu, der Meister. Oh, Anachon, du Killer. So, jetzt einen Moment. Das müssen wir richtig machen. Felo, du musst halt... Schon zu vorbei, schon vorbei. Du musst mit dem Schild hier stehen. Um das Ding da oben abzufangen. Um mir eine Brücke zu bauen. Kannst du mich nicht hochziehen? Ja, du bist eine fette Eule. Ja, grip ihn mal Anna, grip ihn. Live, ich bin Todesritter, ich hab kein Live-Grip. Das probieren wir halt, es muss noch anders gehen. Das ist doch so. Ui, ui. So. Ich hätt springen müssen. Ich hätt's weiterprobiert. Ich weiß auch jetzt... Ich weiß auch schon, woran wir als nächstes failen werden. Und ich will's nicht vorausprobiert sein. I, wow. Ihr habt mich vergessen. Keiner. So. Ich komm eh, um den Atomic nochmal zu holen. Das sieht mir sicherer aus, wenn ich das so mache. Guck dir so auf meinen Arsch. Der ist aber so schön. Ja, aber Ander, ne? Ich mein, du darfst es Fedo nicht so einfach machen, ne? Wir müssen Fedo ja so selbstständig kreffen. Das erinnert mich wieder an einen gewissen Todesritter. Warte, ich will sehen, wo er springt. Ich will sehen, wo er springt. Wie Fedo schon wieder gehitzelt wurde. Fedo, das hab ich mir irgendwie schon gedacht. Ihr klettert so tief. So, warte, langsam, langsam. Hier hin. Inch, inch, inch. Da ist dein Verdacht stehen. So, Schild nach oben. Schild nach oben. So, warte, manchmal muss ich noch vorsichtig sein. Erstmal kriegst du jetzt den hier. Ich war halt die Kamera da. Ich dachte, jetzt werde ich zerquetscht. Kannst du ziemlich alles abfangen. In der Größe, ja. Warum reicht das nicht? Warum reicht das nicht? Es war mir so bewusst. Fedo muss oben stehen bleiben. Auf dem. Und nicht noch eins runtergehen. Scheiße, was reicht. Ganz toll, Anna. Warte mal, das ist doch ganz einfach. Dann geh ich jetzt... Das Ding kann man doch wieder umkehren, oder? Wie? Glaubst du, der Schalter... Noch mal auf den Schalter drücken? Quatsch. Naja. Versuch den. Guck da. Er drückt. Kommt nix. Ja, du hast recht. Das reicht auch nicht aus. Nicht mal mit Anlauf. Oh, nein. Oh, nein. Oh, jetzt lässt mein Gedächtnis auch langsam nach bei dem Spiel. Wenn ein Charakter cool wäre, könnte er im Walljumpen. Ich schon wieder. Ey, ich würde das gerne vorlesen. Das willst du jedes Mal. Das ist jedes Mal derselbe Text. Haha. Haha. So. Bab, 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 bab. Das selbe fängt da an. Ägypten ist gefährlich im Spiel. Ich glaube, beim nächsten Mal darfst du mich hoch tragen. Wir sterben ja nicht mal momentan und wir sterben ja momentan nicht mal, wir fehlen das. Ja, das ist das dumme Warte, warte, bleib zu, bleib weiter. Velo, bleib oben. Ihr beide. Der Typ kann immer noch springen. Ja, so hoch. Go, Ana. Go, Ana. Safety first. Und jetzt? Kommst du. Komm unter. Du musst jetzt oben stehen bleiben. Ja, warte, genau. Du musst den Schild hier hinstellen. Hier, da musst du stehen bleiben. Da muss, genau da, wo er jetzt steht, muss ich den Schild. Ja, das sollt reichen. Na, geh nur ein Stückchen. Warte. Wenn, dann jetzt. Geh am besten nur ein Stückchen vor, Fido. Gleiches Stückchen. Ja, komm, reicht, 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 reicht. Fass. Perfekt. So, Fido, du musst gleich nach rechts gehen, wenn ich fertig bin. Nicht nach links. Du kommst da jetzt hoch? Ja. Tatsächlich. Ohne den kommen wir nicht weiter. Also jetzt nach rechts. Ja. Nicht nach links. Nach rechts. Warum nicht nach links? Da kommt ihr auch raus, ey? Nach, nein, du kommst nicht mehr raus. Ach so, stimmt, ja. Du kannst nicht sprengen, das ist das Problem. Ihr müsst die Leiter jetzt in den Sprung erwischen, sonst... Ach du verfickte Scheiße. Warte, 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 warte. Na, na, na. Lass mich. Nein, warum läufst du denn noch hoch? Weil ich erst hochgehen wollte und dann Kameraswitchen wollte. Ihr seid solche Bobs, muss man einfach mal sagen. Ach, halt, ich glaube, Fido. Nun, ich finde, wir sollten das Atomic nicht verbrühten. Kann halt nicht eher so ein PG sein. Nach dem Ding kommen, glaube ich, keine großen Gegnermassen mehr, deswegen. Das ist mir sicherer, das da zu verwenden. Vor allem, weil ihr euch immer von dem Typen ohne habt. Oh. Ich stelle mich gleich da vor. Ja, aber Fido, du hast hier wieder so eine große Fresse. Das muss gestopft werden, das muss unterbunden werden, dieser Frevel. Das ist der Warhawk. The Warhawk. So, lass mal an, aber machen. Gib mir eine Mohawk-Grenade und alles ist okay. Ich vermisse gerade Mr. T irgendwie. Mir ist gerade aufgefallen, dass mein Fernseher die ganze Zeit das aufgenommen hat. Also, wir waren gerade nicht. Da ist es immer gut. So. Du kriegst zwei. Ich muss mal teuresische schmutzige Sachen im Fernsehen angucken. Ist ja wenigstens hoch energetisiert, wenn wir hier spielen. Ja, Anna, wenn du später zusammenschneidest, kannst du ja mal gucken, ob du herkennst, was ich geguckt habe. Naja, ich höre gar nichts, also. Na toll, dann darf ich wieder lautstärke einstellen. Das wäre kackt. So, na, ich habe erwartet. Ich gehe als erster und wenn ich ganz oben, gebe ich euch die Kamera jeweils. Bei dir ist es noch voll egal, du kannst in Not auch springen. So. Ja. Ja, aber ich bin jetzt nacheinander. Gelu, nein. Jetzt, jetzt wird es schiefgehen. Jetzt wird es, jetzt wird es schiefgehen. Er kann schweben, er kann schweben. Danke Gott. So, da kommt ein Typ. Moment. Ah. Tschüss, tschüss. Sauber. Äh, ist da oben was? Gib mal Kamera. Hatten die, gibt eigentlich Schrabscheine? Die hatten doch ihre, äh, ne, in der Art eigentlich nicht, glaube ich. Naja, das ist sehr unrealistisch. Ich war halt so doll. Oh, das ist wie er so. So eine Scheißstelle. Äh, ne, warte, 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 da muss ich rüber, glaube ich. Gib mal Kamera. Hab ich, wer hat sie denn? Du hast Fädel. So. Ah. Ja, mal gucken. Gucken. Ah, jetzt auch schießen können, okay. Bitche. So einfach. Ist da oben was? Ja, das ist garantiert. Ja, da kannst du oben drauf springen. Kann ich das? Ja, das müsste da nicht gehen. Jo. Und hier ist ein, ein Dings. Was ist hier? Eine Falle. Nein, nicht. Ein Versteck. Und hier oben ist, noch eins. Hey. Nett. Gefällt mir. Nützlich. So, was ist hier unten? Warte mal, Moment, Moment, Moment. Ach, schade. Das war auch zu offen. Ah. Fleisch. Ah ja, Fleisch, ey. Ah, nam, 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 nam. Ach nee, ich bin nicht Olaf, vergesst es. Wenn ich so fett wäre, könnte ich nicht schweben. Du hast Gase innen drin, das wissen wir auch schon. Ja, das schafft ihr wohl. Ich mach auf. Ich hab Angst. So, jetzt. Was kommt jetzt? So wollte er sein Imbarfeil. Bleibt hier, lass mich vorgucken. Äh, okay, das weiß ich, denn... Nach rechts. Okay, ich lass... Ach, du verfickte Scheiße. Das ist nicht schwierig. Einfach mit den Feuerbällen-Time. Vorsicht, Erdkamera. Wir werden sterben. Jetzt hast du. Komm runter, dass du die Feuerbälle siehst und dann komm nach. Nicht, nein, nein, nicht so... Ihr höher. Du kannst zwar schweben, aber sonst fällst du in die Stacheln rein, da unten. Jetzt. Oh no. Genau. Ist nicht schwer. Go, Bally, Ogg! Bally, Ogg! Ogg, Ogg, Ogg! Ogg, Ogg!